Ich bin für ein BGE, weil Vollbeschäftigung utopisch ist. Ich finde das BGE gut, denn es ist einfach und elegant. Es spart uns eine Menge Verwaltungswirrwarr und es ist viel gerechter als die heutige Vielfalt an Leistungspaketen, die wir haben. Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen gut, weil aus dem Arbeitsmarkt so endlich wieder ein richtiger Markt wird und der Staat durch die Aussicht auf das Hartz-IV-Stigma Menschen nicht mehr in unterbezahlte Jobs treibt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ist wichtig, weil wir uns mit dem bisherigen kapitalistischen System an einem Wendepunkt befinden. Das müssen wir ändern, denn wir Menschen sind am produktivsten, wenn wir uns frei entwickeln können. Und diese Freiheit kann uns nur ein BGE geben. Ich bin für das bedingungslose Grundeinkommen, weil Geld kannte ich die Welt regiert. Und wenn jeder ein bisschen mitregiert, kann sie nur besser werden. Ich halte BGE für eine ganz tolle Idee, auch wenn man in verschiedenen Positionen streiten kann, ob es sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist. Es macht auf jeden Fall Sinn, darüber zu diskutieren. Denn wir werden nicht diskutieren, wenn wir gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere im sozialen Bereich, überhaupt nicht erreichen. Deswegen bin ich pro BGE. Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen notwendig und nützlich, weil es Menschen die ehrenamtliche Arbeit verrichten, zu unser aller Wohl die Möglichkeit gibt, das zu tun, ohne sich auf eine entwürdigende Art und Weise von den jetzigen Repressionsorganen, den Hartz-IV-Behörden, rechtfertigen zu müssen. Wir sind für ein Grundeinkommen für alle. Weil das bedingungslose Grundeinkommen die moderne Umsetzung des Grundrechtes auf die Absicherung der eigenen Existenz ist.